Ja, dann starten wir doch mal wieder, wie immer, ganz entspannt so ein bisschen rein mit dem ersten Tagesprogramm Punkt Overrated, Underrated. Ich erkläre es nochmal für die, die zum ersten Mal in der Vorlesung sind, Physik 1, Grundlagenkurs. Overrated, Underrated, was ist da so ein bisschen die Intention dabei? Wir wollen so ein bisschen gucken, wie eine gewisse Thematik ist, zum Beispiel Bitcoin ist es gerade Overrated. Dann geben wir eine 2 in den Chat, ist das Ganze underrated, geben wir eine 1 oder sind wir dem neutral eingestellt, dann machen wir eine 0. Genau, und da habe ich immer so ein paar Begriffe vorbereitet, die so aktuell sind ein bisschen und dann dürft ihr so ein bisschen interaktiv mitentscheiden, ob ihr denn sagt, jo, das ist überbewertet, unterbewertet oder fair bewertet. Was sagt ihr denn zur aktuellen Thematik direkt? What Street Bats? Overrated, Underrated oder Fair bewertet? Bin ich mal gespannt, was ihr zu den ganzen Sachen sagt. Man sieht da schon so eine kleine französische Revolution an den Finanzmärkten, finde ich gerade, wie sich dort einiges verändert. 2, 2, 2, ja, ja, also, wenn man tatsächlich sich, glaube ich, in den letzten Tagen Finanzvideos von uns angeguckt hat oder von allen möglichen, hat man wahrscheinlich sehr fest schnell gesehen. Da gibt es so einige Kommentare, war auch bei uns unter dem Video, ich glaube unter gestern irgendwie und direkt 17 Daumen nach oben, normal machen das nur irgendwelche Bots, aber tatsächlich könnte das langfristige Folgen haben, wie sich das verändert, weil das Internet ja schon öfters seine Stärke bewiesen hat in bestimmten Bereichen. Auf jeden Fall extrem interessant. Ja, das nächste wäre dann so Pokémon-Karten. Was ist eure Meinung dazu? Overrated, Underrated, Fair bewertet? Würde mich mal interessieren, weil ich bin gar nicht in der Thematik so drinne. Ja, ich sehe schon, Pokémon ist nicht mehr so beliebt. Also tatsächlich, ich bin gar nicht in dieser ganzen Sache so richtig in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, war da nie wirklich drinne. Aber ja, ein oder andere sind da ja richtig stark unterwegs. Ich weiß nicht, ob der Michael gerade zuguckt. Ich glaube er, ich weiß nicht, Andi, ob da ein bisschen was drüber ist, was natürlich mit den Karten abgeht, mit diesen VGA's und weiß was ich was. Ey, da blicke ich gar nicht mehr durch. Ich sehe da nur irgendwelche Videos und sehe dann irgendwie, yo, 2000 Euro hat er dafür auszugeben. Was? What the fuck? Und dann irgendwie kriegt er die für 60.000 los oder weiß ich was, Paul Logan Video, der da auch bis zu The Sky is the Limit macht. Und wir haben noch zwei Backs zu gehen. Ja, der neue Hype. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen bei Hypes, muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass man nicht versucht, auf diesen Hype aufzuspringen und dann den Absprung nicht schafft, sondern dass man vielleicht schon versucht, vorher solche Trends irgendwie aufzunehmen, sich zu positionieren und dann so den Upswing mit nach oben zu nehmen. Ich liebe Pokémon auch. Benjamin. Nice. Das nächste, die Aktie GameStop. Was sagt ihr denn dazu? Da bin ich jetzt gespannt. Und ich will jetzt mal den Chat geflutet sehen mit euren Meinungen, was dort sozusagen bei euch auf dem Tarot steht, überbewertet, unterbewertet oder fair bewertet. Was man sieht, die waren ja schon totgesagt oder die ganzen GameStop-Shops so offline einkaufen in diesen Zeiten eher weniger. Man sieht es ja auch, wie Galeria Kaufhof und Co. eigentlich nur ein Relikt aus der vergangenen Zeit, Jahrhundert gefühlt sind. Und so ein Stück weit ist es natürlich auch mit den Gaming-Shops oder weiß ich was, CD-Läden, die es früher gab. Da hat sich natürlich alles stark verändert. Es gab da jetzt nochmal so einen kleinen Twist, wo ein Investor eingestiegen ist, der relativ erfolgreich online schon war mit Tiergeschäften, glaube ich. Habe ich dann aber auch gleich nochmal, wenn wir genauer auf die Thematik, französische Revolution, GameStop, was da so alles passiert ist. Also sehe ich definitiv auf. Insgesamt überbewertet. Klar, GameStop könnte jetzt nochmal so einen Schwung bekommen. Könnte vielleicht ein bisschen in den Online-Market einsteigen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir hier das neue Amazon für Gaming-Spiele sehen. Vielleicht liege ich auch falsch. Werden wir das in der Zukunft sehen. Dann interessiert mich jetzt mal zum Beispiel, ich halte auch viel von der Persona, oder ich sage ein bisschen gar nicht dazu. Was haltet ihr von Elon Musk? Was ist euer Standpunkt zu seiner Persona? Unabhängig jetzt irgendwie von Firmen, sondern ist der überbewertet, unterbewertet oder sagt man einfach, ja, das ist völlig legitim, was der da macht und der macht alles richtig. Geiler Typ einfach. Gleich kommen die Fanboys und füllen den Chat mit Raketen, mit Vision. Das muss man sagen, also Vision definitiv. Also man könnte ja auch schon sagen, oder viele sagen es sogar, er ist sozusagen der neue Edison unserer Zeit. Iron Man, ja, ja. Also tatsächlich, das ist, könnte man auch ein bisschen sagen, der moderne Iron Man, was da so ein bisschen abgeht. Aktuell ist schon richtig, richtig verrückt. Um seine Persona gibt es einen riesen Hype. Ich meine, wo er herkommt, was er geschafft hat, das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, die Vision, die er hat, ist richtig krass. Ähm, ich hab jetzt auch vor kurzem zum Beispiel hier auf YouTube ein Video gesehen, wo er vom Moderator gefragt wurde, wie er das denn empfindet, dass seine großen Idole, äh, Buzz Aldrin und, äh, wer war der andere, der im ersten auf dem Mond war? Oder, ähm, dass die das gar nicht sagen, dass das diese Raumfahrt so gar nicht so geil ist, wie er das vorantreibt und sowas. Aber, ja, er ist vielleicht der neue Kolumbus, der das, äh, ja, Zeitreisen, sage ich schon, der vielleicht Zeitreisen ja genau, äh, wahr macht. Ähm, ja, wir sehen schon, ich seh schon, ich bleib auch so ein bisschen drauf hängen. Ich hab für mich so im Kopf gesagt, ich hab so vier Mentoren und unter einem davon ist auf jeden Fall Elon Musk. Äh, definitiv Jeff Bezos, was er da erreicht hat. Ähm, ja, das sind halt, äh, Gestalten, die extrem pluralisieren und, ja, ihre Fanbase haben, aber auch wirklich was bewegen. Dann vielleicht nochmal eure Meinung zu P2P-Krediten. Äh, da wollen wir heute ja auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, P2P-Kredite tot? Fragezeichen. Ähm, oder ist das völlig unterbewertet? Jetzt wieder einsteigen. Wenn keiner davon redet, könnte man ja mal so ein bisschen meinen. Äh, wenn keiner darüber redet, dann vielleicht interessant. Aber wenn wieder jeder darüber redet, dann vielleicht schon wieder, hm, zu sehr im Market drin, ne? Ja, so ein Stückchen weiter gleich mal schon mal anteasern. Das Chance-Risiko-Verhältnis generell hat sich natürlich verändert, wenn wir einfach nochmal so schauen. Ähm, und jetzt muss man so ein bisschen gucken, ist da noch was möglich? Sollte man abbauen? Sollte man umschiften? Also, wie gehe ich da vor vielleicht? Was sind meine Renditen? Gab's Ausfälle? Baba Bandora lässt aber erstmal die Finger davon. Ja, also, ist auf jeden Fall eine legitime Frage. Ich meine, es war ja lange ein Hype-Thema. Ich habe damit auch angefangen. Einer der ersten sozusagen anderen Investments neben ETFs, Aktien und Co. waren tatsächlich die P2P-Gelette. Und jetzt muss man so ein bisschen schauen eigentlich, ob das noch zeitgemäß ist gegen die Kryptos, aber auch das Risiko. Ja, da können wir vielleicht nochmal gleich so ein bisschen drauf zu sprechen kommen und uns das genauer anschauen. Aber, ja, das kommt dann drauf an. War 17, 18, 19 ganz nett. Jetzt ist viel ausgefallen und da sehe ich bessere Möglichkeiten. Ja, die Reise war nice, ähm, aber die Frage ist, ob sie noch weitergeht. Ja, dann hätte ich noch eine, äh, ja, Frage sozusagen, die da wäre. Oder, vielleicht kommt die auch irgendwo her. Nokia, was sagt ihr denn dazu? Sind die tot, äh, mit ihrem Snake-Format, äh, des, äh, der vergangenen Jahrzehnte? Oder tatsächlich, hm, unterbewertet. Vielleicht gibt es da doch noch Sachen, die ganz interessant sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Äh, ich habe da nämlich ein, zwei Sachen gelesen. Jetzt keine krassen Insights. Jetzt, aber, ja, da, da konnte man noch das ein oder andere sehen. Nokia ist unkaputtbar. You got it. Unkaputtbar, äh, tatsächlich. Das könnte richtig cool sein. Nokia ist unkaputtbar. 5G von Nokia könnte, äh, richtig geil werden für Europa. Ähm, könnte wichtig. Ähm, das ist genau so, wo ich drauf so ein bisschen anspielen wollte. Ähm, 5G, da ist ja Huawei in der Patentfolge relativ stark und hat aber dann ein bisschen auf die Finger geklopft bekommen von USA. Hier, nicht bei uns. Äh, macht das bei euch in China. Macht da, wir stehen viel zu nah in der Regierung, in Verbindung. Wir wollen das nicht. Abhören und so weiter und so fort. Europa hat natürlich genau das gleiche Problem ein Stück weit. Und ja, der Rubenskuss, Ruben, 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 er hat schon geschrieben 5G. Ähm, ja, da ist Nokia tatsächlich, ähm, relativ gut aufgestellt und könnte interessant werden, was die vielleicht für uns für Opportunities bringen in dem 5G. Weil das es kommt, ist außer Frage. Also jetzt die Aluhüte auch wieder aufsetzen. Und jetzt muss man natürlich gucken, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Ähm, da könnte natürlich einiges Spannendes passieren. Das muss man dann auf jeden Fall mal verfolgen. Ganz unabhängig natürlich jetzt gerade von dem, was da auf Wallstreetbets, äh, alles passiert. Die greifen das vielleicht gerade wieder so ein bisschen auf, schreiben das in den Chat aus, äh, weiß nicht, irgendwas überall und wollen das natürlich ein bisschen pushen. Ähm, aber dass das ganz wieder kommt, müsste man gucken. Ähm, vielleicht wird es dann auch nur irgendwie aufgekauft. Also das ist sowas wie der, wie früher wird. Nokia, ähm, bleibt jetzt zu fragen. Ähm, aber, ja, diese 5G-Technik, wenn die da schaffen, den Turnaround, wäre nicht schlecht. Ähm, aber das soweit zu den Spekulationen. Moin YouTube, hier ist Bastian von Tallerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten. Das heißt, mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.